Herzlich Willkommen bei der Live School. Mein Name ist Thorsten Kölner und ich freue mich, dass Sie sich für die Seminarreihe der Live School interessieren. Hier wird es einmal um das grundsätzliche Thema der Live School Seminare gehen und im ganz Speziellen auch um den Glückstag, das Startseminar der Live School. Was ist der Ansatz eigentlich, warum ich diese Seminarreihe anbiete? Und wir alle möchten eigentlich, wenn man so rumfragt, möchte jeder in Glück leben, in Freude, in Fülle. Warum tun wir das eigentlich nicht? Die Frage ist, eigentlich müsste das ja schon als Wissen überall vorhanden sein, wie das geht. Und alle suchen immer noch und scheinen daran zu arbeiten. Aber die Problematik ist, dass wir unglaublich viele Dinge gelernt haben, in der Schule vor allen Dingen, die sich mit vielen Dingen beschäftigt haben, rechnen, schreiben, lesen, ähnliches. Was ja sehr wichtig war, dann noch höhere Mathematik, das ist Pythagoras, ähnliche Dinge, die wir alle im Leben oftmals nicht mehr brauchen. Hätten wir nicht eigentlich in der Schule auch noch was anderes lernen sollen? Wo haben wir eigentlich gelernt, wie eine glückliche Partnerschaft geht? Wie man den richtigen Partner findet? Wie man gemeinsam mit anderen Erfolge erschafft? Wie man Projekte leitet? Wie man Glück in seinem Leben erschafft? Wir müssen das im Grunde genommen von den Eltern lernen, die es auch nirgendswo gelernt haben. Und in der Schule, wie gesagt, wird es gar nicht vermittelt, von Freunden, die es auch nicht wissen. Also es fehlt im Grunde so eine Grundlageninformation, wie das alles funktioniert. Die meisten Menschen, die sich damit beschäftigen, versuchen dann die Dinge zusammenzufinden, in Büchern, in Seminaren, vielleicht in Filmen, um irgendwie an das Thema heranzukommen. Aber das sind so einzelne Lichtpunkte, die aber per se noch nicht ein komplettes System ergeben, dass man versteht, wie es funktioniert. Und was ich in der LiveSchool mache, ist ein Komplettpaket anbieten, um sein Leben in Glück zu verwandeln. Wie geht das nun? Der Glückstag ist das Einstiegsseminar in die Seminarreihe der LiveSchool. Alle gehen zuerst in den Glückstag, um das Grundprinzip einmal zu verstehen, wie das funktioniert, dass man Glück erschaffen kann. Nun, der erste Schritt, um zu erkennen, wie man Glück erschaffen kann, ist natürlich, dass man erkennt, wie man es andersrum erschaffen hat, dass es nicht so glücklich war. Die meisten wissen gar nicht, dass es Grundprinzipien gibt, die dafür sorgen, dass das Leben so läuft, wie es läuft. Und in dem Glückstag zeige ich sukzessive und ganz genau auf, wie wir das bisher gemacht haben. Wie wir zu den Gewohnheiten gekommen sind, die heute unser Leben zu dem machen, was es ist. Und das heißt für die meisten eben Angst, Mangel, nicht zu glücklich, nicht zu freundvoll leben. Und nochmal, es sind Gewohnheiten, die automatisch ablaufen und deswegen sind auch Veränderungen gar nicht so leicht, weil es ist irgendwie schon tief drin und man kann versuchen, was man will. Irgendwie geht es auch immer wieder ein bisschen schief. Und genau hier möchte ich helfen, ein System zu haben, wie man sich wirklich umtrainieren kann. Den Glückstag zeige ich dann einmal auf, für jeden Einzelnen, wie wir diese Programme erschaffen haben und wie die aussehen. Und das ist natürlich am Anfang oftmals ein bisschen schockierend, wenn man dann sieht, ja, so habe ich das wirklich gemacht. Das bin ich gewesen. Das ist gar nicht so schlimm, denn wir müssen uns nicht schuldig fühlen, noch nicht bedauern, sondern das Mittel in die Hand bekommen, um es zu verändern. Und das gebe ich Ihnen die Hand. Einmal durch die Erkenntnis. Und wenn man dann sieht, wie man die, sag ich mal, falschen Dinge erschaffen hat oder die einem nicht so gut gefallen, dann können wir auch sukzessive rangehen und können diese umwandeln, nämlich in neue Programme, die dann für Glück, Freude und Fülle sorgen. Das heißt also, im ersten Seminar, schon Glückstag, bekommen Sie die Mittel in die Hand, diese Programmierung zu erkennen und dann auch umzuwandeln, mit kleinen Übungen auch ins Leben zu übertragen und dann auch ständig anwendbar zu haben. Es geht also nicht um viel Zeitaufwand, nur um eine Kontinuität. Nun, der Glückstag wird schon ganz viel in Ihrem Leben verändern. Das kann ich Ihnen ganz sicher versprechen. Aber was immer wieder passiert ist, dass auch nach einem solchen besonderen Tag, wo viele Dinge umgewandelt werden, doch die alten Programmierungen, die alten Gewohnheiten sukzessive zurückkehren. Und daher biete ich eine Seminarreihe an, eben die Life School, wo wir im Grunde in die Glücksschule, Lebensschule gehen und immer wieder erinnert werden und daran arbeiten, wie wir das mit dem Glück machen und auch praktisch ausprobieren. Wir können die Ergebnisse auch uns anschauen und damit umgehen. Und deswegen gibt es neben eben dem Glückstag die Erweiterung um zehn respektive elf weitere Seminare, die wir im Abstand von vier, sechs, acht Wochen besucht. Und dort kontinuierlich lernen, die Dinge im Leben anders umzusetzen, sodass man ein richtiges Training hat, um sein Leben in Glück zu verwandeln. Das beginnt für Sie mit dem Glückstag, wenn Sie wollen, selbstverständlich. Und den gibt es inzwischen in vier verschiedenen Städten, führe ich das durch. Und Sie können sich da in Deutschland einen Platz, sogar in Österreich einen Platz auswählen, wo Sie daran teilnehmen möchten. Den Glückstag habe ich als besonders günstiges Angebot gestaltet, dass möglichst viele Menschen erstmal diese Grundlage in die Hand bekommen, um dann selber entscheiden zu können, ob Sie mehr davon machen wollen, tiefer, intensiver und auch sehen und glauben, dass Sie Ihr Leben wirklich so mit dem Glück verwandeln sollen. Da würde ich mich freuen, wenn wir uns auf einem der Glückstage sehen könnten. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall hier und heute erst einmal in allem das Höchste und Beste. Möge das größte Glück, die größte Freude und Fülle auch für Sie geschehen. Und vielleicht werden wir ja einen Teil zusammen verbringen, um dorthin zu kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch eine schöne Zeit.